Jetzt ist es offiziell soweit, das erste Land führt ein Verfallsdatum auf das Geld ein. Und damit kann das Land seinen Bürgern einfach das Geld wegnehmen, weil Geld sparen oder sogar Geld verstecken funktioniert nicht mehr. Und damit sind wir jetzt in der allerletzten und höchsten Stufe der Kontrolle der Bürger angekommen. Alle Details in diesem Video. Herzlich Willkommen meine lieben Zuschauer im Endspiel unseres Finanzsystems. Im Endspiel um die Kontrolle aller Menschen und damit auch um die Kontrolle der ganzen Welt. Und sicherlich werdet ihr sagen, oh das ist jetzt ziemlich hochtrabend, aber genau das ist es auch. Weil jetzt wurde eine neue und für mich extrem kranke Information zu unserem neuen Geldsystem bekannt, welches demnächst eingeführt wird. Ihr alle habt es ja sicherlich schon gehört, dass demnächst bei uns der digitale Euro eingeführt werden soll, genauso wie der digitale Dollar in Amerika. Und der digitale Rubel und der digitale Yuan, die existieren bereits. 86% aller Zentralbanken weltweit arbeiten an der Einführung einer neuen digitalen Währung, kurz vorm CBDC. Und diese digitale Währung soll dann unser Bargeld abschaffen und uns alle in eine moderne Sklaverei treiben. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, hey, was juckt mich das überhaupt? Ich bezahle ja schon seit Jahren nicht mehr mit Bargeld, sondern nur auf meiner Girokarte. Und digitale Währung wie den Bitcoin, den gibt es doch auch schon ewig. Also warum der ganze Aufriss und warum die ganze Panikmache? Nun ja, es gibt einfach zwei extrem wichtige Unterschiede, die du auf jeden Fall wissen musst. Erstens, andere Kryptowährungen wie zum Beispiel den Bitcoin, den es jetzt schon lange gibt, die sind einfach dezentral, das heißt, die gehören niemanden und demzufolge kann die auch niemanden kontrollieren. Die gehören einfach uns allen. Aber die digitalen Währungen, die von den Regierungen, von den Zentralbanken eingeführt werden, die gehören niemanden. Die sind wie gesagt zentral. Das heißt, die gehört dann den jeweiligen Regierungen oder den Hintermännern, die das Ganze organisieren. Und damit können die es natürlich auch Ganze kontrollieren. Und zweitens, der zweite große Unterschied ist, zum Beispiel zwischen der digitalen Währung und der Girokarte, dass die digitale Währung programmierbar ist. Das heißt, unsere Regierung kann diese digitale Währung mit bestimmten Eigenschaften ausstatten und kann sie steuern. Und genau das, meine lieben Zuschauer, ist es, was jetzt gerade in China anfängt und dort die volle Macht und die volle Grausamkeit der digitalen Währungen deutlich macht. Die Seite kryptonews.com schreibt wie folgt. CBDCs haben ein Verfallsdatum, an dem du dein Geld ausgeben musst. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, war einer der Vorreiter bei der Einführung der digitalen Zentralbankwährung. China plant jedoch, seine CBDC-Ambition eine neue Wendung zu geben. Jüngsten Berichten zufolge wird Chinas einheimische CBDC, also der digitale Yuan, mit einem Verfallsdatum ausgestattet. Das bedeutet, dass die Nutzer des digitalen Juans gezwungen werden, ihr Geld innerhalb eines bestimmten Zeitpunkts auszugeben. Der digitale Yuan wird programmierbar sein, sodass die Regierung ein Verfallsdatum festlegen kann. Es ist eine obskure, unkonventionelle, geldpolitische Innovation, die sich am Freigeld des Inhalts, sei nicht ernst genommen, finanziellig gesellt, orientiert. Jedenfalls gibt es einer Regierung mehr Kontrolle über den Geldumlauf, da das Verfallsdatum ein Sparen sinnlos macht. Tja, meine lieben Zuschauer, genauso sieht es jetzt aus. China ist ja weltweit der Vorreiter in Sachen wie Überwachung, Kontrolle seiner Bürger, Social Credit System, flächendeckende Kamera, Medienkontrolle, Zensur des Internets und so weiter und so fort. Und jetzt eben auch ein Vorreiter in digitalen Währungen mit Verfallsdatum. Und das ist wirklich unglaublich krass. Das Bargeld wird ja Stück für Stück abgeschafft und die Zukunft unseres Geldes ist nun mal die digitale Währung. Und diese digitale Währung bekommt jetzt ein Verfallsdatum. Und dieses Verfallsdatum könnte dann ein Jahr sein oder ein Monat oder eine Woche oder vielleicht sogar nur ein Tag. Das ist ja beliebig steuerbar. Und jetzt stell dir mal vor, dein Geld hat ein Verfallsdatum von einer Woche. Also nach einer Woche, wenn du es nicht ausgegeben hast, dann ist es wertlos. Dann kannst du es einfach nicht mehr benutzen. Du musst also jede Woche neues Geld verdienen, um dir etwas zu essen leisten zu können. Du kannst jetzt nicht mehr für den Ernstfall sparen oder dir irgendwie Notgroschen anlegen. Du verlierst einfach die komplette Kontrolle über deine Finanzen. Machen wir das Ganze mal am Beispiel der Gewerkschaften fest. Wenn die Arbeiter zum Beispiel streiken, dann bekommen sie ja keinen Lohn mehr vom Arbeitgeber. Klar. Und dann bekommen sie stattdessen das Geld von den Gewerkschaften, quasi aus der Kriegskasse, wo sie vorher eingezahlt haben. Wenn das Geld jetzt aber ein Verfallsdatum hat, dann kann die Gewerkschaft kein Geld für die Streik sparen. Dann gibt es einfach keinen Lohn. Und wenn es keinen Lohn gibt, dann gibt es auch keine Streiks. Weil jeder Mensch braucht ja Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Und siehe da, das Verfallsdatum sorgt also dafür, dass sich die Bürger an die Regeln halten und eben nicht mehr streiken gehen. Und dieses Beispiel der Gewerkschaften gilt sinnbildlich für alle Bereiche unseres Lebens. Weil Geld bedeutet nun mal Freiheit. Und wenn man eben kein Geld mehr hat, weil das Verfallsdatum abgelaufen ist, dann ist man eben unfrei. Wir kommen in der neuen digitalen Sklaverei. Und dieses Verfallsdatum ist jetzt ja nur eins von vielen Beispielen der Programmierbarkeit von digitalen Währungen. Es lässt sich zum Beispiel auch bei den digitalen Währungen programmieren, an wen man Geld bezahlen darf und wer Geld bekommt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein unliebsamer Querdenker bist, der zum Beispiel gegen die Klimapolitik, gegen Kriege, Migration und Corona-Maßnahmen rebelliert, tja, dann kann dein Konto mit den digitalen Währungen ganz schnell blockiert werden. Oder andere Leute können dir kein Geld mehr schicken. Dass das Beispiel sind zum Beispiel Spenden. Wir alle kennen ja Personen aus der Medienlandschaft, die eine alternative Meinung haben und deswegen komplett zensiert werden. Und die können nur aufgrund von den Spenden weiterhin überleben und deswegen ihre Querdenkermeinung weiterhin äußern. Aber mit der Programmierbarkeit der digitalen Währung wäre es denn möglich, dass solche Spenden an regierungskritische Personen eben unmöglich gemacht werden. Während nämlich die Regierung das Bargeld nicht kontrollieren kann, lässt sich ja schließlich nicht prüfen, wem du dein Geld gibst, ist das dann bei den digitalen Währungen möglich. Und demzufolge hat einfach die Regierung die volle Kontrolle über unser Geld und damit auch über unser Leben. Und ihr alle wisst ja, wenn die Regierung diese Macht hat und diese Kontrolle hat, dann werden zwei Dinge genau passieren. Erstens, sie werden diese Macht auf jeden Fall nutzen und auch missbrauchen. Und zweitens, wenn sie einmal diese Macht haben, werden sie diese Macht nie wieder abgeben. Zum Beispiel, einer der Gründe für den krassen Einbruch der Wirtschaft zu Corona-Zeiten war ja, dass viele Menschen sehr viel Angst hatten und dann Geld zu Hause gespart haben. Also quasi eine Notgroschen für noch schlimmere Zeiten angelegt haben. Und meiner Meinung nach komplett zu Recht. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass der Konsum zurückgegangen ist und viele Geschäfte starke Umsatzumbußen hatten. Und das war halt einer der vielen Gründe, warum die Krise, die Corona-Krise so stark ausgefallen ist. Aber jetzt, wenn man halt eine digitale Währung mit Verfallsdatum hat, dann kannst du eben nicht mehr sparen. Dann gibt es eben keinen Notgroschen mehr und alle Menschen werden gezwungen, sofort ihr Geld auszugeben, ob sie es wollen oder nicht. Und wenn dann unser Finanzminister Lindner sich hinstellt und von den vielen tollen Möglichkeiten der Programmierbarkeit der digitalen Währung spricht, dann kannst du dreimal raten, für wen das viele tolle neue Möglichkeiten sind. Für die Regierung oder für die Bürger? Also ich glaube, du dürftest die Antwort dazu kennen. Was haltet ihr denn von dieser digitalen Währung? Und was haltet ihr jetzt auch von dem Verfallsdatum der digitalen Währung? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.